Ich sehe eine Reise. Einen Mann, der die Ödnis durchquert. Einen Ritter? Einen Krieger. Eure Wege führen zusammen. Verneucht euch! In Verzweiflung. Vor eurem neuen Herr. Kallar erweckt die Seelen des unbeschreiblich Bösen. Ihr strebt danach, ganz Hyboria zu versklafen. Niemand sollte in Ketten leben. Ja, komm her! Lauf nur weg. Ich werde Berge zerstören, um dich zu finden. Ich folge dir in die Hölle. Ja! 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 Dramatische. Ja! Ja. Ja. Ja! Ja! ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020